Was dieser Vlog von sich gibt, ich kann mir das ein oder andere schon denken, weil ich schon von der ein oder andere Sache gehört habe, Freunde da waren und so weiter und so fort, alles nice. Deswegen schauen wir uns das Ganze an und ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Twitch, kommt zu Twitch, um das Ganze auch live mitzuleben. Okay, rein da. Danje, Rizzi, Danje, the whole fam was there. So meine Freunde, was geht ab, sonst geht es jetzt nach Paris, wir sind hier mit unseren Jungen, die uns zum Airport jetzt bringen, gleich fliegen wir los, wird auf jeden Fall crazy, wir haben eine Party da, was sagst du, wird geil, ist interessant, auf jeden Fall, wir fliegen jetzt gleich los, wir nehmen euch da wieder, wir gehen mal ein bisschen mit und yes. Wahnsinn, gell? Wahnsinn. Fußball-Challenge mit Central City. Alright. Der Anwalt ist auch wieder am Start, was geht, was geht. Let's go Paris. Jan ist am Start. Ist auf jeden Fall hier schon mal ein super Ding, oder Luca? Glaube ich. Wenn ihr jetzt mal einen guten Shuttle braucht, irgendwo hin, Jungs, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden, stellen wir euch den Kontakt her, ist auf jeden Fall crazy. Tränk, Fernseher, alles dabei, kannst sogar Playstation hier spielen, auf jeden Fall nice. Und Luca jetzt privat fliegen, hast du Angst nach deiner ersten Erfahrung? Einmal geflogen und eigentlich nie wieder. Wackelt, gell, wackelt viel, viel, viel. Weißt du, so hinter ihn, geht nur so bis hin. Boah, ein Off. Der ist crazy für mich. Der hat den einfach gefaked. Der hat mich gut aus, wie für ein Video. Der ist crazy. Ich glaube, ich so wie es ist. Ich finde sowas immer maximal komisch, weil bei mir ist immer alles so exactly wie es ist. Die zwei sind heute unsere Männer des Vertrauens. Wir müssen uns sicher anbringen. Bei einem Cargo-Hüttchen. Bei einem Bodyguard. Gleich geht's los, Lugi. Gleich geht's los. Ich bin noch nie private geflogen. So Mo, jetzt sind wir in Paris gelandet. Wir sind in Paris gelandet. Was passiert jetzt? Jetzt gehen wir erstmal ins Hotel, beziehungsweise das Appartement, checken alle da ein. Heute Abend gehen wir schon mal in den Club, schauen uns da mal alles an. Besprechen nochmal die Details für morgen. Später gehen wir noch was essen. Ich glaube auch mit Luisi und Aschraf, alle Frankfurter Jungs zusammen. Yes! Und dann morgen ist dann der große Tag. Das ist Chrome, hm? Ich habe eine Hose bei Aschraf gesehen, glaube ich Hose war das von Lava Future, die war crazy. Die war durch. Die war durch. Ich bin mir leid. Ich bin mir leid. Ich bin mir leid. Ich bin mir leid. Danke, Bro. Wo geht's jetzt hin, Luca? Es geht jetzt mit der breites Nose in Paris. Zeig mal her, das Teil. In Paris gibt's deutlich breite Hosen. Wir gehen jetzt in Style. In Paris und Aschraf. Geiler Laden. Gutes Essen, gute Location. Fresh week. Let's go. Hey, dawg, yay! Was ist hausgelt? Ich bin leid. Was ist hausgelt? Ich bin leid. Wenn ja erzähl was, der Mann von Rennen. Das ist hausgelt. Ich bin leid. Die Filme ISCAP mit der gleichen Kamera wie ich, ja? Filme ISCAP mit der hier. Same energy, same vibes. Geht jetzt bei dir noch bei der Fashion Week? Also natürlich, Freitagabend quasi mit Bossplug, Samstag Pop-Up-Shop mit Meta Paris und dann Sonntag Pop-Shop Adro. Alles loaded, fully loaded. Honestly, when I say I have a heart, that content is hard man. So, so good. The guy in the picture is so good. Big up Bossplug. Oldford Chick. Tiffany's Chrome. Simple Chrome. Thrifty Trousers. These are cheap trousers, but I'm still not as fresh as Bossplug. Hellstar. I haven't seen this anywhere yet. I'm chillin'. No, no, no. These two are the freshest, not me. Best plug, best plug. Okay, these are international, huh? What are you doing today, bro? I don't know. Cool, bro, right? Yeah, yeah. I was there last night actually. It's our party today. So, come on. Come on. Sure. Das ist es jetzt. Wen haben wir denn hier? Das ist ein Eifertum. Siehst du denn? Daniel, motherfucking Slump, Elore. You get me? Shout out an den Bro. Ich küsse dein Herz, damit ihr es auch in voller Pracht sehen könnt. Der Broski, I don't know, aber er weiß, wenn es zur Fashion Week geht, solltest du Elore rocken, ja? Bei jedem, der diese Glocks reingeht. Wirklich. Okay. Slump's up. Buzz Plug up. So. Die haben mich in allen statt zum Hund gemacht. Daniel, was haben die mit dir gemacht? Fair vor Kamera, wirklich. Ich feier das Tod. Er versucht so, er selbst zu sein, aber er muss auch irgendwo so weit. Wenn es nach Mo geht, bruder, macht er so. Er ist manchmal zu seriös, gell? Checkst du? Nein. Siena, Paris. Wir gehen jetzt ins Essen in Siena. Mit den Jungs, alle am Start. Das Game. Danach gehen Luca und ich schon in den Club rein. Mal ein bisschen alles vorbereiten, alles gucken, wie es da ist. Wird ein geiler Abend, oder? Unglaublich. Mit der Damen und Herren. Paris, Baby, Fashion Week, baby. It's a wish. Yes. Das brauchst du aber in Paris. Echt. Wenn du unterwegs bist. Was erhoffst du dir von dem heutigen Abend? Ich bin oben. Und das ist meine erste Woche. Wir gehen zum Spaß mit den Jungs. Einfach einen schönen Abend haben. Ich gehe damit gar keine große Erwartung rein. Mit der Familie. Can, was ist denn auch für dich von dem heutigen Abend? Ich will morgen nichts mehr wissen. Ich will morgen nichts mehr wissen. Zelle Nase spricht auch schon Bände, ja. Also er hat schon auf jeden Fall solche Nächte hinter sich. Zelle Nase spricht auch schon Bände. das war ein kurzer blog aber imposant imposant ja jungs am spenden daniel da risi da aschhoff da dagi da ja nice